Hallo liebes MTP-Land! Wir KFC, also Claudia Friedrich und Colin, waren ein Jahr euer nationaler Vorstand und freuen uns nun den neuen nationalen Vorstand begrüßen zu dürfen. Ja, wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Die Marketing-Horizonte und der DMC haben wieder stattgefunden. Außerdem hatten wir zwei grandiose Geschäftsstellenversammlungen in Stuttgart und Frankfurt. Und wir würden uns natürlich freuen, jeden von euch auf der nächsten GSV in Köln begrüßen zu dürfen. Darüber hinaus wollen wir natürlich auch einen großen Dank an unser nationales Team aussprechen und an alle MTPler, die sich großartig engagiert haben und die das große, ganze Mosaik-MTP quasi zu einem Bild zusammenfassen. Wir sind auch ein bisschen traurig, dass wir das Amt jetzt abgeben. Allerdings haben wir sehr gute Nachfolge gefunden, aber überzeugt euch das Amt jetzt abgeben. Hallo zusammen, wir sind TNT, ich bin Till und ich bin Tudfgu. Wir kommen beide aus der Geschäftsstelle Frankfurt und freuen uns auf ein spannendes Jahr mit ganz vielen neuen Bekanntschaften und Herausforderungen sowie fantastischen Veranstaltungen. Wir bedanken uns bei KFC und freuen uns auf das Jahr, sowie auf die Aufgaben und natürlich auf euch. Tschüss. Bye, bye.